Was macht's denn ihr da erst? Steht's da wie zu einem angemaltigen Kindetik und erschreckt's mich. Das wollten wir wirklich nicht, Mama. Wir wollten... Meine Polizistenmutter hat mich zu erschrecken. Wolltest du weg? Na sicher, ich muss ja die Trafik aufsperren. Ist ja gleich 4 Uhr und die Lena ist mit dem Wagen unterwegs. Es ist aber dringend, dass man mit dir reden, Mama. Komm, vergiss die Trafik. Die Trotteln sollen nicht später einkaufen gehen. Meine Kunden sind keine Trotteln. Na manche vielleicht schon. Also, dürfen wir jetzt eine oder nicht? Also bitte, bitte. Aber weh, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig. Es ist ein Qualitätsprodukt. Kommt aus Deutschland. Ja, aber billig ist der nicht. Im Supermarkt kostet fast der gleiche nur... Dann gehen sie halt am Supermarkt und kaufen sie ihnen dort einen Orange. wo es ihnen gleich beim ersten Mal durchregnet und jeder Windstoß ihnen den Poffel umdreht, weil die... die Sprisseln nur aus Blumentraht sind. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich... Was sagt man dazu? Kaisermühlen. Soweto. Dritte. Was heißt? Vierte Welt. Aber Ansprüche stellen. Wunderschön. Wunderschön. Servus, Mama. Guten Tag. Servus, Erwin. Geht's, Geschäfterl? Reißen sich die Leute um unsere Sachen? Ich hab dir hier unsere neue Teilzeitkraft mitgebracht. Sie soll uns jetzt jeden zweiten Tag ein bisserl aushelfen, damit ich mich wieder mehr der Politik widmen und du dich wieder ein bisserl mehr schonern kann, Kaisermä. Ich brauch keine Schonung. Ich schaff das schon allein. Sind Sie nicht die, die neulich mit meinem Sohn im Kaffeehaus gesessen ist? Ja. Was ich für ein Gedächtnis habe? Toll. Ich hab zu Ihrem Herrn Sohn sowieso gesagt. Genau. Wir sind zufällig am Tisch gesessen und da hat sich gesprächsweise ergeben, dass ich gesagt habe, wir könnten eine Hilfe brauchen, nicht? Und da hat die liebe Frau Dujicic gesagt, sie könnte dieser Idee nahe treten. Und dann hab ich mir überlegt, ja, wann die... Ja, ich würd sagen, mit mir hat er einen sehr guten Griff gemacht, mädige Frau. Wissen Sie, ich kann nämlich sehr gut mit den Leuten umgehen. Und wie, Mama? Jedenfalls können Sie gut mit meinem Sohn umgehen. Nur, er war doch ein so lieber Mann. Aber wir zwei werden uns bestimmt auch gut verstehen, Frau Scholt. Ganz bestimmt, Mama, ganz bestimmt. Na, das werden wir erst sehen. Ich brauch keine Teilzeitkraft. Ich nicht. Mama, du brauchst deine Hilfe und ich brauch auch eine damit. Also, morgen um halber neun, liebe Frau Dujicic, wär's recht, wenn Sie da... Ja, um Punkt halber neun bin ich gestellten. Also dann, auf Wiedersehen. Also dann bitte. Morgen, Punkt halber neun. Punkt. Erwin, das gefällt mir gar nicht. Ausgerechnet die hast du nehmen müssen, über die ganz Kaiser Mühlner redest? So, na, was reden denn die Leute? Bestimmt nur das Beste. Die Frau Dujicic ist eine nette, kontaktfreudige Frau. Na, ich weiß, was ich weiß. Und ich seh, was ich seh. Na, du in deiner Dummheit bemerkst natürlich nix. Aber bitte, bitte. Wenn du deine alte Mutter, was sich für dich aufopfert, los sein willst, kann ich ja auch in meine Wohnung zurückgehen. Na ja, das wär natürlich eine gute Nix, Mama. Bitte mach mir jetzt keine Szene. Bitte nicht bei einem so wunderschönen Tag. Schau draußen, strahlt die Sonne und alle sind fröhlich. Na ja, und darum haben wir uns gesagt, jetzt muss geheiratet werden. Ja, aber warum gerade jetzt und momentan? Ich meine, ihr hättest ja schon die längste Zeit heiraten können. Ja, es muss momentan sein, weil... Schau, das ist so, ich als Polizeibeamter muss nicht nur um Ordnung und um ein Gesetz bemüht sein, sondern um einen einundfreien, tadellosen Lebenswandel. Das steht in der ADV, in der Dienstvorschrift. Ja, machst du das nicht eh? Schon, aber der Gustl meint halt, wenn ein Polizist ein uneheliches Kind hat... Der muss geheiratet werden. Bei Gefahr in Verzug. Ja? Da muss der Polizeibeamte sofort reagieren. Ich meine, und deswegen haben wir sich uns, also ich und die Nancy, spontan entschlossen in den Stand der Ehe zu treten. Damit das Kind dann ähnlichen Vorteil nachweisen kann. Mein Gott, kannst du blöd sein. Wiggi, du redest von einem Protokoll. Gefahr in Verzug, Stand der Ehe, so ein Gas. Und so, Deppen willst du heiraten? Ja, gratuliere. Der Gustl ist kein Depp, Mama. Höchstens ein bisschen verklemmt, in der Ausdrucksweise. Aber das hat er von der Polizei, dort lernt man das. Also mein Segen, robt's. Ich freu mich, dass ich die als Schwiegertochter krieg. Ich freu mich auch, Mama. Also, alle freuen sich, ausgezeichnet. Amtshandlung, die verläuft reibungslos. So. Also, morgen gehen wir uns anmelden. Zuerst Standesamt, dann Kirchei. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das geht. Der Nancy Siegstuch von einem Kilometer, das hochschwanger ist. Anbumsen von der Ehe, das sehe ich die Kirchei aber nicht gern. Ich meine, so was muss doch heutzutage drinnen sein, bitte. Das muss ja sogar der Pfarrer einsehen. Besser schlecht wie gar kein Geschäft. So schaut's nämlich aus. Und, ich meine, schau, wenn das Brautschlitz so weit und lang ist, wenn Sie sich auch das Braut... Also, da hat das Ding falsch, schau. Da geht das doch. Das sieht man nix. Sehr hübsch. Und der Myrtenkranz wird's auch tragen? Was? Das ist mir wurscht. Schön will's schon irgendwie. Dann krieg's da einen. Ich meine, den Pfarrer möchte ich sehen, der dem Bezirksinspektor Schimmig seiner Frau was verbietet. Kinder, ich muss jetzt wirklich gehen. Geh mal. Na, nimm's mit. Du mein Pärliepär. Was ist denn das? Grüß Gott. Wie ist es? Nice to meet you. Däubler, Josef. Ich bin auch wie der Spätl vom Erwin, gell? Wir sind zwar alte Kaisermünder, was? Ja, ja, ja. Wieso kenn ich ihn dann, ne? Ja, weil die Welt groß ist. Die lang in Amerika drin war. Ja, ein bissl sonstwo noch. Über Stock und Stein, ne? Ja. Alles nicht so erwähnenswert, oder? Mhm. Frau Tureczek, die Frau Tureczek arbeitet bei mir im Geschäft. Ach so, dann werden wir was einkaufen kommen. Shopping macht happy. Bei einer schönen Frau lasst mich ihr Geld bedienen. Erwin. Ja, ja. Ich hab ein wenig ein Center. Was denn für ein Center? Mein Fitnesscenter. Das ist ein Mühle-Exklusiv-Club. Ich möcht mir das ein bisschen machen wie das vom Arne drüben. Was denn für ein Arne? Ja, dieser Schwarze-Neckar. Richtig, ja. Ist gut ein Freund von mir. Kevin Costner kenn ich auch. Der mit dem Wolf. Ja, der bei mir. Der hat ja alle trainiert bei mir. So, mach auch ein bisschen Sport, oder? Und wenn Sie wollen, können Sie auch mal kommen und Bodyforming machen dann bei mir im Studio. Ja, jetzt müssen wir wirklich. Aber ich werd mich drum kümmern wegen diesem Club. Noch was, Herr Tabler, was ich sagen wollte. Sie müssen jetzt nicht überall herum erzählen, dass Sie mich mit der Frau Tureczek hier gesehen haben. Ich hab euch gesehen. Danke. Never ever. Bin richtig blind bin ich heute. Nein, nein. Nur wegen dem Center jetzt. Ein Fisch ist eh alles im Laufen. Nur die Geschichte wegen dem Kredit. Ah, da. Also gut, ich werde auch in dieser Beziehung gleich morgen meine Fühler ausstrecken. Ist ernsthaft. Danke, strick's aus. Die Fühler. Erwin. Biederschau. Ich darf es jedenfalls aus sicherer Quelle. Die Frau Kaiser hat... Die Frau Kaiser ist eine alte, tratschsüchtige Schaastrommel. Mir und der Claudius das wurscht, ob andere heiraten oder nicht. Halt den Mund, du frecher Bub. Redet man so mit seiner Großmutter? Ja. Nein, meine ich, nein. Also der Bub hat rein nichts von mir. Keine Umgänglichkeit, keine Konzilianz. Immer mitten durch die Leidwiller. Ja, aber so ist die heutige Jugend, Schrüttl. Meine Claudia hat auch keinen Funken von mir. Will immer Recht haben. Aber oft alle werden ja in Gatsch. Und wenn man ja was Gutes will, was erntet man undankt. Für was soll ich mich denn bedanken? Dass ihr mich nicht abgetrieben habt? Claudia! Alles eine Frage der Erziehung. Na, Baby, was ist? Meinem Erwin habe ich diese frechen Reden schon abgewöhnt, wie er noch in die Windung war. Halt den Mund, wenn deine Mutter spricht. Denk an das vierte Gebot. Das tue ich eh, Mama. Aber ich bin ein erwachsener Mann. Mein Kind bleibst du, solang du lebst. Vierten, Vierten. Stell dir nicht irgendwas über, du sollst nicht um keinen Schei treiben? Nein, du hast nichts wie sauer Reinenkopf. Wieso? Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt das. Ach so. Jeder Christenmensch heiratet. Sogar dieser Sandwich-Chauffeur und die Schwester vom Idioten. Und der Polizist und diese Kellnerin, die heiraten auch. Und ihr zwei werdet auch in den heiligen Stand der Ehe treten. Da wären wir sicher nicht. Wärt's ihr schon. Ja? Und zwar so bald wie möglich, wo heut schon jedes Gesindl heirat. Sie sagen's nicht Gesindl zu meine Wähler, Frau Scholtl, ja? Ja? Da wär ich nicht so sicher, Gneißer, dass die Ihnen wollen. Die können genauso gut mich und meine Partei wollen, ne? Ich weiß auch, dass die Partei auch wieder nicht sein. Wiederholen Sie das, Gneißer. Wiederholen Sie das auf der Stelle, wenn Sie nur einen Funken-Charakter haben. Jetzt hört's doch endlich auf. Wird nur über unsere Kinder oder über Politik. Über die Kinder. Und ich werd euch sagen, wie's gemacht wird, ja? Ihr heiratet's, und zwar so bald wie möglich. Natürlich auch kirchlich. Und dann nix wie weg aus dem Gesindl da. Und der Geldehof ist kein Gesindlbau. Papalapap. Ein Scholtl wohnt nicht im Gemeindebau. Ihr zieht's in eine anständige Eigentumswohnung. So? Und in welche? In die, wo sein Papa gewohnt hat, nachdem er mich verlassen hat. Der Feige schuft. Ja Mama, das weiß ich ja gar nicht, dass die Wohnung noch existiert. Na jetzt weißt du's. Sie gehört mir und ist luxuriös möbliert. Und eure Oma ist so lieb und lasst euch dort wohnen. Bleibt natürlich alles mein Eigentum. Aber wir wollen gar kein... Ihr habt's nichts zu wollen, Herrgott noch einmal! Hört's hier nicht, was die Oma sagt? Komm, Pepe. Wir gehen. Hinsetzen! Nein! Nur die Stremen vom Schulrucksack am Bugl aber schon eine eigene Meinung haben wollen. Das hab ich gern. Es ist ja wie in einer Diktatur. Komm, vergiss es. Mein Gott, das ist wieder ein Sonntag. So richtig familiär. Nix für Streitereien. Niemand streitet, Frau Gneisser. Aber einer muss ja sagen, wie's gemacht wird, ne? Und das bin notgedrungen ich. Zu Befehl, Frau General. Wir heiraten brav und sind dann in das Schmuckhaus. Naja, und wenn wir drin sind, machen wir die Fenster auf und springen runter. Das wird euch nix nützen. Die Wohnung ist ebenerdig. So, bitteschön. Ah, ich tut's mir heute richtig vor wehner. Kriegt noch ein Gespritzen, bitte. Natürlich. Das ist ja fast wie vor Muttertag war. Also Sorge ist auch nicht mehr. Du hast das verdient. Außerdem müssen wir mit dir ein wenig am Kind reden. Und das ist ja noch gar nicht auf der Welt. Aber bald. Und als Polizist plane ich ja voraus. Darum hab ich mir überlegt, dass du dich ein bissl ums Kind kümmern könntest. Also dann, wenn's auf der Welt ist. Weil nach der Geburt und der Stillperiode und allem, da wird die NCR wieder hakeln gehen. Aber nicht mehr zum Chinesen, sondern ins 20er-Kord. Wohin? Na, ins Kommissariat Brigittenau. Ja, also bei mir, wo ich auch bin. Als Vertragsbediensteter im Büro. Alles schon fix. Na, öff mir's heim, damit's nicht kalt wird. Mahlzeit. Hm, gut. Fast, als wenn ich's selber gemacht hätte. Mhm. Aber, seit wann ist die Polizei ein Familienbetrieb? Ich mein, geht das überhaupt, dass Mann und Frau im selben Kommissariat arbeiten? Das ist ja erwünscht. Das fördert ja den Korbsgeist. Oder zumindest teilweise. Ist's auch wurscht. Jedenfalls geht's. Die Polizei weiß doch schon, was's tut. Und, ähm, da haben wir uns halt gedacht, Mama, dass wir, ich mein, in der Trafik hilft ja eh die Lena aus. Hm. Dass wir unser Kleines tagsüber zu dir ins Hinterzimmer bringen können. Und was sagen Sie dazu, Herr Kodenjagd? Ich? Was soll ich dazu sagen? Zu was? Sie hören uns doch schon die ganze Zeit zu. Die linkes Ohrwäschel ist um ein paar Zentimeter größer geworden. Ich hab nix gehört. Ich war im Gedanken versunken. Was? Bezieh's ja nicht. Es geht darum, dass ich quasi meinen Enkel aufziehen soll, weil die Eltern keine Zeit dazu haben. Also, wenn's nicht immer so übertreibend da da ist. Tee. Tee jetzt heißt. Es soll ja auch nur zeitweise sein, weil... Also, Mama, wenn's glaubst, dass wir dich mit dem Kind zu sehr belasten, dann... Sei doch nicht so deppert, Nancy. Von Belastung ist doch keine Rede gewesen. Von der Großmütte sagt mir, dass sie ihre Enkeln als Leute lieber auffressen möchten. Also, die Enkeln schauen so aus wie Sie. Mahlzeit. Hallo. Nicht erschreckt mich, schöne Frau. Meinen Sie mich? Na ja, schon, ja. Gut. Dann auch. Hallo, schöner Mann. Und was wollen Sie? Ich hab eine Anfrage. Da in der Sting hat mir der Leitner gewohnt, der Bursche. Ich wohnt ja nix mehr da. Sagen Sie, was interessiert Ihnen das, hm? Sind Sie vielleicht ein Kieberer? Nein, nicht wirklich. Ich bin ein alter Haberer vom Bursche. Ach so. Dann sind Sie das, der, was Sie unbefugterweise in der Wohnung von der Frau Leitner eingenüstet hat. Unbefugt kann man mal nicht sagen. Was fragen Sie denn dann so teppert, ob der Bursche da wohnt? Ich glaub, wir haben da ein Missverständnis mehr zu haben. Ich wollt nämlich eigentlich wissen, wo die Ex vom Leitner wohnt. Das wissen Sie sicher, gell? Ich weiß alles, weil ich bin die Hausmeisterin. Aber ich sag Ihnen nix, weil das unter den Datenschutz und die Intimsphäre fällt. Und aus. Wissen Sie was? Ich glaub, Sie stängern ein bissel auf mich, gell? Wissen Sie was? Ich glaub, Ihnen hat der Blitz gestrahlt. Nein, Spatz beiseite. Obwohl, ich werde mir nur so ausschauen. Naja. Geht eigentlich geh. Was geht geh? Nein, überleg nur so, wenn ich da ein berufliches Angebot machen sollte. Aber Halbtagsjob. Es hat Zeit. Überleg mir das noch. See you. Ich suche dir was. Was wäre denn das für ein Angebot? Reden wir anderswo. Wissen Sie was? Sie sagen mir, was das für ein Angebot ist. Und ich sag Ihnen, wo jetzt die Frau Leitner wohnt. Haben Sie ausgerechnet ich der Trauzeuge sein? Ach ja, weil alle anderen, was ich gefragt hab, nicht wollen haben. So ist das. Ich verstehe. Aber gut, ich mach's. Dafür musst aber meine Kirchensteuer nachzahlen. Okay, wird erledigt, Walter. Zwei gepflegte Biere. Ja, und eine Lolle Chu mit süßem Senf und Peperoni. Ich niss zu. Ich li zai. Chu? Du, nicht widersprechen. Bei mir heißen alle Chinesen Chu und damit Pasta. Ja. Wie hättest du das? Ja, ist. Hörst du dich? Seid ich die Herren? Hörst. Na, steh nicht um a tun, setz dich nieder. Du. Ich hätt ein pittesche Böster. Ein Bier! Was für Pitte? Geld hab ich kein Stier, bin ich selber. Geht's nicht um Geld. Das Ehrenfreundschaftsdienst. Jetzt wird's teuer, wo's gibt's. Also, ich. Du, ja. Die Lena und ich. Ihr zwei. Wir zwei hätten's gerne, wenn's du einer für unsere Trauzeugen seintetelst. Das Ehste, er will in Ruhe sein. Wo habt's denn so tettelst? Ich will in Zipesta gerade selber gefragt haben. Ja. Wirklich? Tatsache. Ich bringe mir ein Rotzettift, nicht ein Trudel wie auch heute. Richtig Glatulation. Dankeschön. Prost. 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 Nancy kriegt's Kind. Was? Ist schon im Spital? Nein, nein. Das Haus ist und du kriegst Kind. Das ist eine Katastrophe. Jesus, wer ist denn bei ihr? Ja, nein, niemand ist. Ja, sag einmal, bist denn du ganz deppert? Hörst du, rennst davon und lässt die Nancy allein? Jeder normale Mensch ruft die Rettung an und du als Polizist. Ich hab einen Trottel zur Weltbruch. Seit wann hat's denn die Wehen? Seit... Ja, wie soll denn ich das wissen? Meidner, meine Karriere ist jetzt im Arsch. Die kann ich jetzt vergessen, wenn das Kind vor der Hochzeit auf die Welt kommt. Und du jetzt denkst an deine Karriere, du Viech mit Haacksen? Geh, geh, geh. Komm, geh mal. Ich rufe dich an. Ja. Die ist schon da? Nein. Seit wann hast du denn die Wehen? Nein, das waren ja gar keine Wehen. Was? Mir ist nur so schlecht gewesen und da hab ich brechen müssen. Ja, dann hat's mich halt immer noch gedrückt und ich bin fahren lassen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Ach Gott sei Dank, weil wenn das Kind vor der Hochzeit auf die Welt kommt... Also halt doch die Papen! Kommt der Tepp wie ein Irrer in die Trafik und schreit, das Kind ist schon da. Zu nerven, wie ein Polizist sei. Macht ordinarisch, dabei hat seine Frau nur einen verzwickten Schaß. Ach. In Kasareta Flatus raus das, Mama. Hab ich in der Polizei schon gelernt. Ich grüß die Leute. Ja, das hab ich ihm in aller Ehrfurcht gesagt. Hochwürden hab ich gesagt. Wenn sie eine Schwangere trauen und das Haus des Herrn zu einem Bordell machen, treht dich aus der Kirche aus und schreib's dem Bischof Krenn. Ja, aber sicher Frau Pieperl, da schreck ich für nix zurück. Wenn sich einer vor der Hochzeit anbumsen lässt, dann ist er immer noch eine Todsünder. Ja, weißt du? Was sonst noch ist? Eine Kleinigkeit. Wie ich hab dem Scheutel seiner Mutter einen Brief zukommen lassen. Zwei Seiten kleingeschrieben. Mit der Unterschrift, eine wohlmeinende Freundin. Was drinste? Was hochbrisantes. Es wird heut wieder eine Zimmerschlacht. Mein Bärli Bär wird's einer Mausie Maus wieder zeigen können, was in ihm steckt. Und wie? Heut fühl ich mich wie zwei Männer. Außerdem macht man halt viel Zeit. Die Mama ist in der Oper, schaut sich irgendeinen Wagen an. Ja, da kommt's bestimmt nicht vor halber Zwölfe. Ja, wir haben vier Stunden Zeit. Nehmt einmal vier Sekunden, habt's ihr. Ich hab die Karte verfallen lassen. Ja, aber Mama, warum denn? Sonst geht dir dein Wagner doch über alles. Kennen Sie einen Franz Mittermüller? Edmund Schulz? Robert Schmiedl, sagen immer die Namen was. Oder vielleicht Waldner Zirner, Roland Braun, Leo Wittlinger, ne? Na, wer sollen denn die alle sein? Eine Fußballmannschaft? Ingenieur Kurt Wodak? Oder Dr. Richard Gieshübel? Sag mal, was machst du? Spielst du Tatort, oder was? Und Ingenieur Josef Nordny? Ah, den kenn ich. Das ist ein Mitter von mir, das ist ein lieber alter Mann. Ein bisschen Botschaft ist er. Ich putz ihm ab und zu die Fenster. So, die Fenster. Und was putzen Sie noch? Wie? Was noch? Ich weiß gar nicht, was Ihre Frau Mutter von mir will. Ich auch nicht. Sag einmal, Mama, was soll das? Ist das ein Verhör, oder was? Nein. Diese 65 Namen sind die verflossenen Liebhaber von deiner Teilzeitkraft. Mama, bitte. Die Frau Turitschek ist doch kein Hur. Und jetzt hoffe ich, dass du alter Gockel Vernunft annimmst und diese Verbindung, die uns zum Gespött von ganz Kaiser Mühlen macht, endlich beendest. Adieu, Frau Turitschek. Wer lieber so sagt oder was? Mama, geh nicht zu weit. Die Maus bleibt. Außerdem ist das immer noch mein Haus und nicht deines. Aber von meinem Geld gebaut. Entweder sie geht oder ich. Auf der Stelle! Oh, Kreuz, Kreuz, Hilfe, klar, da noch einmal. Ja, wo sind wir denn? Stehe ich hier unter Kuratel, oder was? Komm, reg dich nicht auf, Bärli Bär. Ich geh schon. Vorlass ich. Adieu. Nein, nein, du gehst nicht Maus im Aus. Oder ich geh auch, Mama. Und in der Zwischenzeit kannst du dir überlegen, wie du dich dann bei der Frau Turitschek entschuldigen wirst. Sag jetzt nichts, Mama. Sag nichts, was dir nachher Leitung kennt. Und hör endlich auf, dich dauernd in meine Angelegenheiten zu wischen. Ich mein's ja doch nur gut, Kind. Schließlich bin ich ja deine Mutter. Sag! Also, das wär einmal das. Und wir... Gehen jetzt zu mir. Ins Bett dann. Nach der Aufregung. Guten Abend. Abend. Grüße Gott, Frau Kotzebär. Wo sind Herr Kudanaxi, die Herren Freunde von Ihnen? Naja, sozusagen. Darf ich Sie bekannt machen, das Herr Ökmitzelt und der Gül Gell? Die Herren sind bei Ihnen daheim. Sowasinnigs wie der Gneisser und der Schaltl bei uns. Mein werter Name ist Kotzebär. Ich bin die Hausmeisterin da. Ich bin Franzi Meierhofer. Arbeiter und Held. Ja, ja, Franzi, das wissen wir eh. Ja, und was machen die Herren bei uns, hm? Machen Sie vielleicht ein Zickzeh? Dann testiert. Ja, gnädige Frau, aber schon mehrere Jahre ist deutsche Staatsbürgerschaft. Wir sind aus Kreuzberg. Wo ist denn das? In Berlin, gnädige Frau. Sagst du nicht gnädige Frau zu mir? Habt du nicht die Kotzebär? Jede Frau ist bei uns gnädig. Eine Frau ist für uns etwas Heiliges. Im Kaisermühlen leider nicht, lieber Herr. Wie lange bleiben Sie denn bei uns? Bis morgen. Aber jetzt rund, klar. Inspektion. Was für eine Inspektion? Sch, nix fragen. Geheimnis. Nix fragen, nix sagen. Nur schauen. Was für ein Geheimnis. Überhaupt kein Geheimnis. Hört nicht an Frau sich. Kommen Sie nur, bevor es ganz Fenster wird. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Ist was? Hallo, Frau Kotzebär. Kommen Sie zu Ihnen. Was ist denn geschehen? Ich bin glücklich. Gerade haben zwei vornehme feine Herren aus Kreuzberg, gnädige Frau, zu mir gesagt. Ach so. Haben Sie gerade so die Kreuzberg, zwei Herren aus Kreuzberg? Ja? Ja, aber irgendwie soll das geheim bleiben, hat der Franzi gesagt. Aha. Hauskreuzberg, das sind ja die zwei, die uns, die uns geschrieben haben. Die, die, da muss ich doch, da hab ich doch das Kui, da g'siess haben. Da mach ich ja doch, okay. Das ist sofort, muss ich das mit. Ui, ist die sogar froh, ein Mehl. Ich brauchst keine Angst haben, Rudi. Dich lass uns da in der Tour. Danke. Das ist ja unglaublich. Ich hab ja nie gewusst, wie luxuriös mein Vater gewohnt hat. Kein Kunststück bei dem Finkel, das er mir voranthalten hat, der miese Schuft. Komm raus, da können wir hin. Dann sperr auf, Bub. Danke, Oma. Ihr seid staunen, was für einen Schatz eure Oma da gehütet hat. Jahrzehntelang. Ja, das ist ein Spaß. Na, dann pack das mal rein. Der Opa muss ja echt ein Gruftigmessels sein. Und da wohnen das Drogel nicht. Nein, da, na ja. Warum nicht? Na ja. Genau. Und da und da vielleicht mit deiner freundlichen Farbe drüber gehen oder ein nettes Vorhangerl. Kommt gar nicht in Frage. In der Wohnung bleibt alles so gut. wie es ist. Na, super. Ich bleib im Goethehof. Tausendmal besser als das Loch da. Was Loch? Na, das ist ja wirklich die Höhe. So, auf jeden Fall, gehört er erst einmal gelüftet. Ja, das stimmt. Da möchte ich doch so endlich ein Rentnerfahr. Oh, na, die sind vielleicht schöner. Diese Gitter. Na, Kronzolli und gedieb. Da kommt keiner rein. Aber aussä auch nicht. Das ist wie ein Gfeilnis. Sag's mal, was glatzen Sie denn da wie ein Maul auf? Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Aha, und das ist das Schlafzimmer. Ja, was haben wir denn da drinnen? Oh, den Fernseher. Das ist elegant, was? Super. Schwarz-Weiß. Kein Schüssel. Kein Kabelfernsehen. Im Schlafzimmer braucht man nicht fernzusehen. Da kann man was Besseres tun. Hier kommt ich hin. Na, das ist nicht wahr, Schwettl? Ich meine, wir haben doch auch immer unser Garten gehabt im Schlafzimmer. Auch ohne Fernsehen. Da zieht doch auch keine Frau, oder? Nein, man, früher wäre es noch Jäger geworden. Ist ja wurscht. Ich kaufe einen neuen Fernseher und so. Eine Satellitschüssel ist auch gleich montiert. Hier wird nichts montiert. Ja, natürlich, Oma. Alles in Ordnung. Also, das war's ja nett. Aber wir müssen jetzt wirklich, gell, oder? Bitte, was? Ja, aha, ja. Ja, nun, gehen wir. Gut. Und dass ihr mir ja nichts ruiniert, ja? Grüß euch. Baba. Ja, also, gehen wir. Überlassen wir unsere jungen Leute ihrem neuen Reich, nicht? Ich verstehe nicht, warum du dir das alles so gefallen lässt. Weil ich dich lieb hab, Claudia. Ja, deshalb müssen wir ja nicht gleich heiraten. In der Kirche, mit der ganzen Zombie-Partie. Ja, da sind wir's los auf immer und ewig. Wie es zählen, ist alles gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Irgendwie, das muss ich mir noch gut überlegen. Ja. Komm, wo du das? Wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann werd ich dich politisch managen. Habt ihr schon so meine Ideen, Pärlibert? Ja, das wär schon schön. Aber weißt du, das mit dem Heiraten, Mausi, Mausi, ich weiß wirklich nicht, ob das so wichtig ist. Hauptsache, wir beide lieben uns, ne? Also, heiraten ist wichtig. Das sagt sogar deine Mutter, obwohl es sonst nur Blödsinn redet. Ja, wenn das nicht so zersprachelt, dass der Peppi und die Claudia heiraten, kannst du auch nix sagen, wenn wir zwei heiraten. Also, bis jetzt, Mausi, hab ich dir noch keine Ehe versprochen, nicht? Und außerdem, meine Mama fährt über mich drüber wie eine Straßenwalze. Na, dann gehst du frontal an und mach ich einen Bodycheck. Wir sehen, dann wird's so klar. Glaubst du? Sicher, das war's. Weißt du was? Du lässt ja auf gar keine Debatte, ne? Du gehst morgen mit mir aufs Standesamt und wir machen das Aufgebot. Und wenn's dann so weit ist, dann gehst du zu ihr und sagst, ganz kühl, Mama, die Mausi, Maus und ich, wir heiraten heut. Wenn's Lust hast, kannst du zuschauen. Wenn nicht, bleibst du zu Hause. Und überhaupt, wär's langsam Zeit, dass du wieder in deine Wohnung zurückgehst. Wir brauchen jetzt das Haus für uns. Trautes Heim. Glück allein. Wenn ich das tu, dann trifft die Mama der Schlag. Aber okay, all die Weiber sind härter, als wie der Brasorl ist. Deine Mama wird ein paar Krokodils drinnen zertrücken, dann bockt sie zusammen und ist weg. Lebt weiter und wird älter, als wie der Lachnäß. So, jetzt glaub ich, hab ich alles. Das ist Virginia, Lottoschein, Profil und Presse. Ja, dann hätt ich noch eins gern. Ja, bitte, was möchten Sie denn noch? Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht einmal mit mir ausgehen wollen? Vielleicht zum Heurigen oder eine Schiffsfahrt nach Pratiklauber machen? Oder in den Prater? Ich danke Ihnen, mein lieber Herr. Aber wissen Sie, Heurige mag ich nicht. Schiffe fahren, glaube ich, jetzt keine im Winter und im Prater geht man mit den Kindern. Ja, dann vielleicht woanders hin, wo Sie halt gern hinwollen. Eher nicht. Nicht besser. Ich bin genau da, wo ich sein will. Ja, wenn Sie glauben, ich suche einen Mau, ich suche keinen. Eine Mau ist momentan meine 93. Sorg. Außerdem wäre ich bald Großmutter. Was wollen Sie mit so einer alten Schachtel? Sagen Sie doch das nicht, Frau Schimmig. Sie sind welterfahren, voll erblüht, eine attraktive, reife Frau. Ich meine das ehrlich. Schauen Sie, ich bin alleinstehend wie Sie und ein positiver Mensch. Dem Schönen sehr aufgeschlossen. Schon deshalb könnten wir nicht zusammenpassen. Ich bin eher negativ. Ich glaube, dass hinter jedem Schönen es was Schirchs gibt. Außerdem bin ich eigentlich gern allein. Ich bin froh, wenn ich mich nicht mit einem Mords bedärgern muss. Ja, also ich glaube, Sie müssen sich andere suchen, aber nicht besser. Schade. Aber trotzdem. Auf Wiederschauen, Frau Schimmig. Wiedersehen. Wiederschauen. Guten Tag, Herr Koderniak. Grüß Gott. Guten Tag. Darf der Herrn Bezirksarbette? Der Herr muss etwas über die Leber gelaufen sein. Ja, Sie sind uns über die Leber gelaufen, Koderniak. Ja, direkt drüber trampelt sind Sie, wie ein Elefant. Ja, eh? Logisch, Sie, weil Sie nämlich. Aber uns kommt alles zu, mein lieber Koderniak. Alles, nichts ist so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonne. Genau, genau. Und wenn Sie es nicht anders verstehen, dann werden wir Deutsch miteinander reden. Haben die Äffler und die Grünen auch so depperte Brief gekriegt wie mir? Was für Brief? Solche aus Kreuzberg. Und was ist mit den zwei? Kimmel-Türken? Was für Türken? Was für Türken? Ich rede von den Türken, die zu der Kozibang gesagt haben, nötige Frau. Und über die der depperte Franzi gesagt hat, das muss alles gering bleiben. Ja, aber in Kaisermühlen bleibt nichts geheim. Also, was ist mit den zwei? Das ist ein alter Bekannte von mir, von früher. Ist das vielleicht verboten? Ich habe einen Besuch gehabt und überhaupt von Briefen weiß ich überhaupt nichts. Aber wieher? Bei uns wurde aus Kreuzberg angefragt, was Kaisermühlen eigentlich ist? Ja, bei uns auch. Bei mir nicht? Leider. Und eins kann ich nur gleich sagen, die zwei Herren haben mit der Sache nichts zu tun. Schreiben Briefe. Machen wir die Leitrebel in Scherzer Teppel. Die gibt es wirklich überall. Auch in Kreuzberg. Nein. Ich mag nicht mehr. Das ganze Theater da, ich gebe auf die Nerven. Na, gingen Sie, Herr Schübester. Am Standesamt haben Sie ihn so gut gehalten, Sie werden sich doch die Kirche auch noch überstehen. Das alte Sehen gerecht, Alter. Lass jetzt nicht nach. Vorsicht. Pass auf. Wo haben wir ihn da? Na, komm. Meine lieben Brautfahre, würde es Ihnen etwas ausmachen, noch ein paar Minuten zu warten? Ja, worauf denn? Auf ein besseres Wetter, ne? Ich habe kalte Pfirs, ne? Die Schuhe sind mir viel zu eng. Helfgott. Was? Das hilft mir viel besser. Warum sollen wir denn warten? Stimmt was nicht? Gibt es eine Vorfallenheit? Ist denn die Hochzeit vielleicht abgesagt? Nein, wir feiern doch heute sogar eine Trippel-Hochzeit. Das hat es noch nie gegeben in der Pfarrekaisermühlen. Aber ist peinlicherweise das dritte Brautpaar noch nicht da. Also, wir warten nicht. Ja, meine Frau ist hochschwanger. Oder übernehmen Sie die Verantwortung, wenn Sie hier mitten vor der Kirche das Kind kriegt? Gottes Hilfe, wird schon nichts passieren. Wer ist eigentlich das dritte Paar? Das Paar Scheutel. Was? Der Scheutel kann doch die Touri-Check nicht kirchlich heiraten. Der ist doch geschieden. Es heiratet ja auch nicht unser verehrter Herr Bezirksrat, sondern sein Herr Sohn, die Tochter des verehrten Herrn Bezirksrates, Kneißer. Also, das ist mir aber gar nicht recht. Ich heirate doch nicht auf einer Massenveranstaltung. Bitte Sie, lieber Bräutigam, um christliche Toleranz. Ja, ja, bei der Ochtzeite gibt es immer Zorris. Sag mal, wo ist denn eigentlich deine Schwester? Nicht da, die siehst du ja. Die ist auf Gran Canaria mit einer Freundin. Wir haben schon gebucht. Was sagst du dazu? Ach so, zwei Lesben unterwegs. Na, na, mir scheint. Ach, zu. Was ist denn? Kommt ihr endlich? Ja. Ach, Entschuldigung, wartet ihr schon lange? Ich hoffe nicht. Ja, warum stehen sie denn alle da heraußen bei den kalten Wien? Gehen wir hinein, gehen wir. Sag mal. Was ist es? Hast du das gewusst, dass unsere Kinder mit diesen ganzen Proleten da vor den Altar drehen? Psst, aber bitte nicht so laut. Das ist doch auch wurscht. Ich als Bezirksrat kenne keine Unterschiede und von unserem Herrgut sind sowieso alle Menschen gleich. Na ja, aber einige sind doch vielleicht noch ein bisschen gleicher, das möchte ich schon hoffen. Sonst ging er zu einem Himmel zu wie ein Kaiser müde. Jetzt kommen wir mal jetzt gerne. Und so frage ich dich, Lena Mayrhofer, willst du deinem Mann, René Gstettner, eine gute Frau, mit ihm im Fleische verbunden und eine treue Gefährtin sein? In Glück und Unglück, in guten und bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit Ja. Ja. Nehmt die Ringe zum Zeichen des Einverständnisses. Und so frage ich dich, Claudia Kneisser. Kneisser. Willst du deinem Mann, Josef Erwin Schäutl, eine gute Frau, mit ihm im Fleische verbunden, ums eine treue Gefährtin sein? In Glück und Unglück, in guten und bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit Ja. Und so frage ich dich. Okay, also, ja. So verbinde ich euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun hin und liebet einander. Jetzt. Und in und da. Jetzt sind unsere Kinder Mann und Frau und Glückliche. Ja, aber ob sie es bleiben werden, ich meine, zu einer Ehe geht es oft runter und drüber. Ich könnte Ihnen das sagen, eher seltener als manchmal. Wir sollten so essen. Gehen wir. Na, was ist? Was stellen wir denn noch da herum? Gehen wir zum Hochzeitsessen. Aber wenn Sie wollen, können wir miteinander essen. Wir haben beim Chinesen das ganze Lokal reserviert. Danke, aber wir haben auch schon was reserviert. In einem Drei-Haugen-Restaurant. Da kommen wir natürlich nicht mit. Unser Chineser hat gar keine Hauben. Nicht einmal im Winter. Ich will mich da nicht dreimischen, aber ich glaube, jeder von uns geht dorthin, wo er immer ist. Wir sind halt keine feinen Leute. Die feinen Leute haben auch noch ein Loch im Arsch, nicht? Und da haben Sie ja ein zweites, meine Gnädigste. Sagst du mal, wo ist denn jetzt der Betty und die Claudia hin? Nein, die haben dringend einen Termin, haben sie. Was? Die zwei wollen lieber allein sein. Nein, Mama, bitte reg dich nicht auf. Schmeckst du dir, Franz? Was hast du denn? Weil ich heiratet zu Ihnen. Seuf, wo? Ich werde schon noch kommen. Ich muss dir halt ein bisschen rumschauen. Na, schauen Sie zu mir. Heiraten wir zwei. Ich war noch frei. Wohlzeit. Da bleibe ich lieber ledig. Da ignoriert sie ja nichts mehr. Was? Nehmen Sie aber auch Staunen, weil ich einmal auspunk. Jetzt muss ich eine Rede halten. Jeder Mensch, besonders der Junge, braucht jemanden, von dem er sagen kann, zu dem gehöre ich. Jeder Mensch. Wenn er überhaupt ein Mensch sein will, kommt er eines Tages in die Lage, dass er sich miteinander verpandelt. Was ist da, Menze? Ich glaube, das geht gut. Zwick die, zwick die Haxen zusammen. Die Leute, dass er stürzt die Gute am Schädel sollt und der Brotel wieder zwick's zusammen. Ja, hallo, hier spricht die Polizei. Hey, kommen Sie sofort. Ja, ich kriege ein Kind beim Genesel in der Mäussegasse. Was? Was heißt da, schlechte Besoffener? Das ist weggefallen. Nee, die, meine Frau natürlich. Kommen Sie sofort. Dummelserner. Ich mag doch nicht, dass mein Kind da im Wirtshaus auf die Welt kommt. Bandschu. Achtung. Soll Sie bloß auch nicht sofort machen. Soll Sie helfen? Ja, aber wo ist denn schon? Tschöre ist bei der Achtzeit. Ja, warte, bis wo. Ich muss schneller. Ich bin schon nicht zufrieden. Achtung. Also, für dich, danke. Baba, servus, für dich, danke. Und ich komme gleich wieder, ja? Seid ihr dann eh noch da, ja? Okay. Also dann. Ja, halt. 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 Du bist so perfekt, Mann sinds. Hey, ich bin Sasilina aufgebaut, sie. Philipp, Philipp. Bis dem zuhne. Ja, halt. Untertitelung des ZDF, 2020